Wenn man jetzt in die Schleuder tut, dann passiert nichts, weil dann kommt der Honig ja nicht raus. So! Man tut es jetzt mit dieser Gabel so abschaben. Dann hast du hier diese Wachsdeckel mit Honig, Alter. Ja, es ist wie so ein Honigkauf um mich. Alter, es ist so krass, Mann. Natürlich, ja. Noch eine Ladung. Boah, Junge. Flüssiger Honig drin. Alter, fast zu much, Alter. So süß. Wenn man die ganzen Deckel abgemacht, dann kann man die jetzt in die Schleuder rein hier. Kommen wir halt vier Waben und dann geht's ab, Alter. Irgendwann ist da nichts mehr drin an Honig. Dann ist es nur so ein... Hast du das hintergeschluckt? Ja, nein, richtig. Alter, das kannst du schon, aber... Nee, der Bartz war ein bisschen zu fett. Der Kloß im Magen, Digga, der verdaut sich nicht so schnell. Alter, wie es tropft. Oh, Digga. Jetzt ist es fertig. Da schwügt er. Was kann ich rein? Das ist so ein bisschen. Spangen raus, Mann. Was? Das ist wirklich... Oh, nee, ich kann... Oh, nee, ich kann... Oh, nee, ich kann... Oh, nee, ich kann... Oh, nee, ich kann...